Ein wunderschönes Halldüchchen, ich bin es mal wieder, euer Matz von ACRP. Wir fahren jetzt erstmal den Dröscher hoch in unserem Feld, das wir da endlich loslegen können. Also werden wir uns einfach da hoch bewegen, denn wir müssen uns einfach mal sputen, 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 daher gehen wir auf Innenansicht und fahren gleich Straße. Dann schnappen wir uns gleich das große Feld, so dass wir wenigstens hier in den Jangel kommen. So dass wir wenigstens hier die Fläche runterbeißen können und daher sputen wir uns endlich mal, dann fahren wir auch gleich zeitnah noch unseren Traktor hinterher, dass wir da wenigstens dieser Blumen abtanken können. Wir müssen Weizen fahren. Wir vergessen den Weizen wieder. Ja, dann werden wir als erstes fahren, nachdem wir den Traktor hergemacht haben und der hier gefahren sind, werden wir den Weizen kutschen. Aber dann anschließend hier nach und nach erstmal die Sonnenblumen runternehmen und da fahren, runterdröschen. Dann wollen wir uns halt ja, es halt nochmal ein größeres Feld leisten, dass wir hier uns ein bisschen betätigen können, die Flächen vergrößern können, dass wir mehr, 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 mehr ernten können. Aber wir sind schon angekommen an unser Sonnenblumenfeldchen. Daher schmeißen wir dich noch schnell an und schneiden dich schon mal an, dass wir wenigstens hier oben, bevor die Wände wegkamen. Dann lassen wir ihn laufen, so dass der uns die Sonnenblumen wegschnippelt. Aber wir werden jetzt erstmal auf Mais umschalten, weil wir auf Raps umschalten, weil wir den Raps brauchen, je mehr je besser. Dann werden wir mal Raps machen, desto wegen bauen wir auch ein großes Feld Raps an. Soja haben wir also erstmal ausreichend. Ich denke mal Sonnenblumen werden auch noch ein bisschen lang gehen. Auch daher werden wir uns heute erstmal darum kümmern, dass wir hier unsere Feier mit den Sonnenblumenunter kriegen, dass wir da wenigstens auf einen grünen Zweig kommen. Ja, da müssen wir halt nochmal hinspringen, was unsere, wie ist die Anlage sagt, diese Anlage. Aber wir könnten hier schon mal einen Helfer reinschmeißen, dass der Helfer hier die Bahn wegschnippelt. Aber wir sollten ja noch schnell den leer machen und den hinterher fahren. So, dass wir jetzt die Fugel hier haben, dann fahren wir den ersten Weizen zur, 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 äh, Wissanlage. Ihr wisst schon, Brennerei? Brennerei. Das es hier dann weiter geht. Aber es wird Endes Moors einen Kartenwechsel geben. Das ist amtlich jetzt, eine Karte wird wegfallen. Auch ich sage noch nicht welche. Das werdet ihr dann zeitlich genug noch erfahren. Also lasst euch überraschen welche es ist, aber die wird es wahrscheinlich nicht werden. Also lasst euch überraschen. Aber nun schmeißen wir erstmal die Sojabohnen runter. Und dann anschließend, werden wir hinter diesen, äh... Anschließend werden wir mal loszududeln. Wir haben ja erstmal uns um die Sähmaschine zu kümmern, dass wir dahinter kommen. Aber dann wollen wir hoffen, dass endlich mal die Flächen nachwachsen. Das wir dann den... Dinkel in den Jangle kriegen. Daher warten wir eigentlich schon drauf. Dass der uns reinführt. Dann hauen wir den Dinkel runter. Dann haben wir auch schon wieder einen Erfolg. Dann läuft unsere Bäckerei. Aber nun müssen wir, müssen wir uns erstmal richtig reinhalten, ranhalten, dass wir uns unser Zweig nachkriegen. Und auf den grünen Zweig kommen. Deswegen hauen wir uns erstmal die Bunkeranlage voll. Aber trotzdem ist es endlich fast hinten. Theoretisch müsst ihr nochmal zurückkommen. Daher... Kümmern wir uns erstmal um dich. Und wir wollten ja mal schnell kicken, ob wir... Am Überladerrohr überladen können. Das macht uns dann einfacher. Da kann man nämlich gleich die... Gleich mal die Saatgutmaschine leer machen. Es wirklich läuft. Ansonsten müssen wir wieder schaufeln. Aber wir bräuchten ja wirklich mal die anderen Hänger, dass wir da weiter kommen. Denn wir wollen ja endlich mal die Fläche hier unten fertig bekommen. Und daher müssen wir uns sputen. Aber wir klappen das gleich mal noch mal aus. Machen wir uns jetzt erstmal richtig leer. Ja... So... Indorfen lassen wir dann wo oben anfangen können. Indorfen lassen wir die Bahn... Eid... Wir wollten ja umscheiden. Das Risikale brauchen wir nicht. Hoffen er hier auch nicht zwiebeln. Rotkohl, Weißkohl, Tabak, Weizen... Der erste Raps... Dann fangen wir hier auch mal mit Raps an. Dass wir den Raps hinterher kriegen. Daher werden wir uns auch mal sputen, dass wir wenigstens die Flächen hier in den Jangle kriegen. So... Aber dann müssten wir uns wirklich endlich mal nach dem Feld Ausschau halten, dass wir uns als nächstes holen. Dass wir dann wirklich auf den grünen Zweig kommen hier mit unseren Kühen und Pipapo. So... Und alle ist er. Aber wir könnten ja theoretisch hier drüben anfangen. Aber daher werden wir uns erstmal befüllen fahren. Dass wir die hier im Vollarm haben. Und dann hauen wir erstmal das Rapsfeld fertig. Aber wir müssen uns wirklich sputen. Wir wollen erstmal versuchen, ob wir über das Überladenrohr die Fuhre befüllt kriegen. Ansonsten sehen wir ziemlich äh... äh... alt aus. Und nun dädeln wir erstmal schnell hin. Und... Versuchen die Fuhre leer zu machen. Äh... voll zu machen, nicht leer. Leer ist sie ja schon. So... Dann haben wir im nächsten Part wahrscheinlich erst den Weizen und fahren ihn runter. Aber wir könnten schon mal hier hochfahren. So... innen laufen, dass wir denn wirklich... die befüllen können. Wir gucken gleich mal über. Was ich vorhatte. Also müssen wir schippen. Aber daher werden wir gleich mal die Maschine vollgewuchten. Naja, wir müssten um... innen laufen. Oh, der hat jetzt hier gerade gedreht. Hier ist er doch, den wir suchen. Und nun hauen wir erstmal die Fuhre voll. So, dass wir endlich weiter drillen können. Deswegen müssen wir das sputen. Dann können wir gleich noch die nächste Schaufel holen. Und daher... passt das schon. So, und jetzt ist auch schon mal die Fuhre voll. Die Ehrmolle. Und jetzt ist auch schon mal die Fuhre voll. Die Ehrmolle. Aber nun können wir schnell noch zum... Ackerdüsen weiter machen. Und daher... Sputen wir uns erstmal ein bisschen. Dass wir endlich mal heute noch ein bisschen Fläche machen können. Und wenigstens die in den Jangle kriegen. Daher hauen wir erstmal den Schlag fertig. Und dann laden wir den ersten Weizen schon mal auf. Dass wir dann schon mal losdüdeln können. Dann müssen wir mal gucken, was unsere Meizerei sagt. Wie es da läuft. Dann müssen wir auch wieder Zeit nach Wasser fahren. Da haben wir also wieder reichlich zu tun. Bis wir dann da auf dem grünen Zweig sind. Da ist noch ein Klee-Moment. Also... Da haben wir heute noch reichlich zu wirtschaften hier. Aber erstmal die Sämaschine hinfahren. So dass wir da anfangen können zu drillen. Dafür hier auf dem grünen Zweig kommen mit dem Raps. Nur was können wir an Schwab Raps verkaufen. Aber ich denke mal wir machen ja bloß 2 Flächen Raps. Und dann wird es schon reichen. So. Und dann können wir auch den Helfer einschalten. Und dann gucken wir mal wie es hier am besten läuft. So. Dann haben wir auch die Ecke hier schon fertig. Daher passt es schon mal ganz gut. So. Dann haben wir auch hier das Ende schon fertig. Dann können wir den Helfer rein sitzen und lassen ihn laufen. Der hat auch erst mal die Hälfte voll. Aber wir könnten mal schnell mal schnell die Hühner bemobsen gehen. Das wir wenigstens die Eier mal zeitnah zu Geld machen können. Bis zu wegen Sammeln wir. Ach da ist noch eins. Die Eier weg. So. Aber jetzt fahren wir erstmal mit denen hier. Los und holen wir uns erstmal den ersten Weizen drauf. In der Hoffnung, dass wir noch Weizen haben. Aber müssten wir ja theoretisch Sieht auch ein bisschen nach Weizen aus. Ich denke auch nicht mehr viel. Da werden wir also noch zwei Flächen hinstellen müssen. Na gut, ein Zug noch. Dann ist das auch alle. Ich dachte wir hätten noch mehr. Aber naja. Dann müssen wir halt in der nächsten Runde wieder Weizen anbauen. Aber nun laden wir erstmal die Fuhre auf und Wir könnten ja theoretisch uns schon mal hier hin bewegen. Indorfen, dass wir den zeitnah abernten, abtanken, abtanken können. So. Der macht seine Bahn auch fertig. Also gut, wir haben uns hier einen sauren Apfel beißen müssen und Fluss düsen. Und dann müssen wir halt mal zwei Schläge Weizen hinstellen. Und zwei Schläge Gerste. Dass wir die Gerste für das Malz hinbringen können. Denn das sieht mir momentan richtig bescheiden aus. Auch daher müssen wir uns einfach sputten, sputten, sputten. Wie sonst auch immer. Jetzt hat es hier gerade gespeichert. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, dass wir auch bald wieder zu Ende sind mit diesem Part. Aber wir werden uns noch mal lang hin bewegen. Und daher heißt es, die Fuhre erstmal Richtung. Richtung, Richtung. Hopfen. Dass wir da ist. Endlich einen Janger kriegen. Aber da schwingt auch ganz schön in der Hänger. Aber nun heißt es das erste Mal. Ich bedanke mich. Wir anschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Matzer 85 LB. Tschüssi. Tschüssi.